Moin Leute, ich habe hier einen neuen Monitor und ich wusste jetzt nicht wie das ist mit 144 Hertz auf 60 Konvertierungen runter, wie das ruckelt oder ob das nicht ruckelt oder ob ich den umstellen muss und ko, da hatte ich keine Lust drauf. Heute ist Ostersamstag, was macht man Ostersamstag? Schlafen. Oster-Eier essen. Oster-Eier essen, schlafen. Wir gehen jetzt zum Osterfeuer. Wir werden ein paar kleine Momente einfangen. Hört nicht viel sein. Wird heute noch geschnitten. Over and out. Vielleicht auch erst morgen. Und tschüss. Walking through. Da hinten ist das Feuer. Ich hätte ja hier parken können, wenn ich nicht so weit laufen müsste. Das wäre jetzt nicht da. Das ist ein Ederland, das ist egal. Das ist ein Panoramabild und auf einem Panoramabild ist es egal. So muss das aussehen. So nicht anders. Die Kamera sieht mehr als mein Auge durch den Rauch da. Der sieht auch geil aus da oben. Der sieht auch geil aus. Wer braucht schon stativ, wenn er eine ruhige Hand hat. Geh, Jungs und Mädels? Ist das? Ja, ich weiß nicht. Ja. Noch fünf Minuten schon in der ersten Halbzeit. Gegen wen? Für wen? Für Bayern. Löff bei den. 50 Minuten vor dem Petalempfang gibt es ja 44 Sekunden. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe. Jetzt sind die Schuss. Das Bild an, Alter. Geil, das aussieht. Schön ausbildlich. Geil. Amazing. Scheiß auf Objektiv. Das ist Bild an Bild, Mann. Bild an Bild. Jetzt kannst du gleichzeitig dir die nicht-brennende Stelle angucken, da, mit deinem Handy, während du die brennende siehst. Geil. Das ist 2080. Das ist geil, Alter. Schon jetzt. Oh, ist ja ein Wiesel. Danke. Eingesucht. 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 Wenn ich's bin, ist die Kamera unten. Wenn ich's bin, ist die Kamera unten. Okay, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Eingesucht. 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 Eingesucht.